3 900 Meter Es darf mich keiner einrollen So war er schafft ihr Beendet. Aktuelle Doppelposition, 113. Auszeichnung, 1160 EXP. 500 für das perfekte Rennen. Und 100 für die 5 übrigen Resets. Run fortsetzt. Yay. So, das hätten wir auch geschafft. Wir fahren jetzt an die Glocke hin. Die Tapp scheint aber nicht besonders zu sein. Das sieht man ja auch. Bis jetzt war die nächste Tappe. Das war die dritte also. Die in Las Vegas. Aber die nächste, die Tappe, die wird lang sein, ey. Ist das alles was ihr könnt? Jack, pass auf. Du stößt gleich auf starke Polizeiaktivität. Ja, ist sie. Teil in die Berge. Wir haben eine Chance gegen dich. So, in die Berge fahren. Kampf mit dem Cannon. So. Yeah. So. Und dann hier wieder ne Probe. Vordere Straßen, Späger. Dann hier. Und hier. Und dann hier wieder ne Probe. Vordere Straßen, Späger. Und hier. Und hier. Und jetzt weiter hier. Zum ersten Checkpoint. Da ist schon der nächste. Hallo. Der war am Rutsch da, aber. Ja. Cop Takedown hier. So. Den muss ich jetzt auch überrollen, ey. Sonst. Was ist das? Was ist das? Das. Gibt auch. Sahaha. Ich mach nie ihn jetzt. Ah. Schon wieder das gleiche. Ich bin trotzdem gegen gefahren. Tacke. Ich bin trotzdem gegen gefahren. Oh Gott. Ich muss ihn jetzt hier überholen. Sonst. Das ist drin im Arsch. Aber das hätten wir. Ohohohoho. Ich fahr noch. Game. Dann haben wir noch den hier Ja, äh, das Ja, weiß ich Weg da Shit Alles klar, das hätten wir aber Das Event hätten wir Da ist das Ziel Einfach mal Ich wollte das gerade schon durchfahren Wow, shit Komm, komm, komm Ja, die Haare geschafft Beendet Die Runposition, nur der neunter Nach 59 Position Im Rennen hat eine XP 500 für das perfekte Rennen Und 200 für den Sets übrig Wohnt man ca. 100 für die nächste Fahrerstufe Das nächste Level Und joa, was kommt denn jetzt Ähm, geh vom Gas, wenn du so schnell in die Kurve gefahren bist Der Wagen legt an Ja, so Äh, Tappe 4 Beendet Freischaltet Der Desert Wally Challenge Serie Ein Profilsymbol freischaltet Etappe 4 Autoraufvergleich Erst an den Freunde Ich habe auch keine Freunde bei Orgym, deswegen Ich habe überhaupt keine Freunde Ich habe keine Freunde Nächste Etappe von Nitro Speedrun Starten Oh, yeah Und das wird lustig Die Rockies Die Rockies Oh, yeah Wir fahren nach Interstate 70 70 Manet Lockheel Ich freue mich schon so auf das hier, ne Auf das Aber das wäre die Etappe wird lang Dann freue ich mich im Schnee Hier ein bisschen rumzuschließen Durchschnittstempo Äh, 215 kmh Benusst du Resets? Was? 14 Kommt dann nicht noch mehr Fakten aus in die 2 Wie sind so meine Durchschnittsdriftrate Dominierte Etappe 4 Zugelegte Distanz 1441 Kilometer Scheiße, der Wagen wird rutschen, das sehe ich schon Oh Oh, Jack Pass auf, Jack Es wird gleich auf dich Ja, Slam Ich pass auf Alles klar Alles klar Das ist eine Tankstelle Dann check ich mal aus Was ist das denn hier so gibt? Was habe ich dann so für Wagen? Einen Dambukini Was ist das denn? Was ist das? Was habe ich denn noch hier so? Den kenne ich gar nicht, oder? Den kenne ich den ja Ach komm, wir nehmen weiter den Nambukini hier Kann ich Farbe auswählen? Ja Wie weiß ich denn nicht schlecht aus? Komm, wir nehmen die mal schwarzen Oh ja, mein schwarzer Lampukini Oh ja, mein schwarzer Lampukini Oh ja, mein schwarzer Lampukini Wir haben direkt mal vier Stück auf einmal überholt Wir haben es nicht durch Ich bin Arzt Oho, pass auf Schnell überholt Scheiße, man wie der Wagen hier rutscht Wie in der Realität Wir haben es in Nitro geben Gegen die Absperrung maßen Da sind die auch schon Die nächsten drei Beziehungsweise die letzten Das muss Weil es auf die Autobahn Wir sind schon näher auf der Autobahn so freundlich Wow Ich weiß gar nicht So Sind's Ach, hier sind 99, so Slinn Drift gesehen Ja, das war nicht so Das gibt's selber zu Shit, was war das? Geh Nee Scheiße, man Ich verliere ja die Kontrolle Über meinen Wagen Ich frage mich, ob man hier auch mit einem Trabant fahren kann Das wäre doch was Bei einem Trabant So 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 Äh Noch 400 Meter Zack Das hätten wir geschafft Beendet Aktuelle Dramon Position Und 99 So 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 Auszeichnungen Wir sind Vorherstufe 9 Jawohl Perfektes Rennen 500dxp Ich hab's jetzt übrig 100dxp Dekon Stuhl Erreichst Vorherstufe 9 Eine größere Nitro Äh Nitro Lach Jammern 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 Ich kann jetzt öfter Ich kann jetzt mehr Nitro benutzen Das ist doch cool Das ist gut Das ist gut Das ist gut Das ist der Tempo Immer um 215 Wir fahren jetzt nach Claywood Springs Oder eher gesagt zu den Gaywood Springs Oder zu Gaywood Springs Springs sind auch nicht an Weihnachten Ja, weil das hier auf Weihnachten Ich weiß es nicht, welche Part es ist Ich glaub Das ist jetzt hier der Der 11. Part Nee, der Egal Wir machen jetzt erstmal 10 Positionen gut Oder müssen das machen Fahr mal hier im Gegenverkehr So Ist ja eine Abkürzung quasi Weil Kein Mann, der gut autofahren kann, fährt auch im Gegenverkehr Das sind ja totale Pussis Der mal richtig fährt hier Nitro Alter, wie lange kann ich Nitro benutzen? Oh, das ist ja genial Ich weiß ja mal, von Gs fahren aber auf einmal alle entgegen Ja Erstmal fährt hier Nitro Vier Positionen muss ich gut machen Was ist das denn für ein Wagen? Das ist ein Bus Zack Überholt So, sind die hier Die restlichen zwei Ja, da fährt ich mir jetzt erstmal richtig fett gegen Auto So, da sind die doch Was mir hier noch am Spiel fehlt ist diese Sicht Also mit dem Lenkrad Das wäre echt mal genial Wenn ich was mir das hier rein machen würde